und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klemmersteinbaus heute mal wieder mit einem konvolut fund und zwar der lego creator 3 1 1 2 5 dem 3 in 1 fabelwesen set aus dem jahre 2022 was natürlich sehr sehr gut meiner meinung nach zu hornli dem süßen creator einhorn passen könnte und deshalb habe ich gedacht gucken wir uns das doch zusammen mal an es war wie gesagt in einem konvolut dabei ist dementsprechend gebraucht das set ist aber auch neu zum beispiel auf ebay noch für zehn euro zu haben wenn ihr das jetzt unbedingt haben wollt wenn euer hornli vielleicht auch einen freund benötigt auf der verpackung sehen wir schon mal das haupt set dargestellt die eule mit dem igel die zusammen in ein buch schauen finde ich ist auf jeden fall ein süßes bild so an sich mit dabei wäre dann zum beispiel noch ein eichhörnchen mit einer nuss auch super niedlich und auf der obersten seite sehen wir noch mal alle drei varianten die man hier bauen kann mit einer 1 zu 1 abbildung eines teils auch die rückseite finde ich schön wenn auch einfach gestaltet mit den drei verschiedenen varianten noch einmal ein wenig anders gezeigt und die seiten sind relativ langweilig wobei diese seite euch schon mal zeigt wie man eine lego verpackung jetzt nicht unbedingt öffnen sollte klar dass es kein sammler set aber das ist schon ein ganz schönes massaker an dem karton gewesen im karton finden sich dann drei anleitungen ja drei anleitungen dieses mal aber eben sinnvoll da sein drei in 1 z ist ich denke euch alle schocken lego anleitungen jetzt nicht mehr unbedingt und bei der gelehrten eule haben wir auf 44 seiten 55 bauschritte verteilt hier habt ihr auch noch mal die teile liste haltet euch das video sehr sehr gern an wenn ihr euch die näher anschauen wollt beim eichhörnchen haben wir dann 53 bauschritte auf 31 seiten verteilt und bei der dritten variante haben wir nur 23 bauschritte auf 34 seiten verteilt wir schauen uns aber heute die hauptvariante mit der eule und dem igel an ihr wisst auf diesem kanal hier ist alles mit vögeln als thema sehr sehr gern gesehen und ich würde sagen ich baue das ganze einfach mal zusammen ein zwischenbauschritt wird denke ich nicht unbedingt nötig sein und dann sehen wir uns gleich zum fazit wieder die weise erfahrene eule gibt ihr wissen an die nächste generation in diesem fall von igeln weiter ich mag ja das bild das ist eine fabelhafte sache im wahrsten sinne des wortes aber ist die umsetzung von lego hier genauso fabelhaft oder sollte man es lieber ganz tief in einem lexikon voller schlechter märchen vergraben das finden wir jetzt zusammen raus und ich würde sagen wir fangen mit dem ersten an was wir gebaut haben und das ist der kleine igel wie die nase eines igels so auch sein naja darauf ist mir leider kein guter reim eingefallen und der igel ist natürlich nur ein ganz ganz kleiner bau sehr schnell vorbei das in einer minute zusammengesteckt aber ich finde ihn niedlich wenn er so dabei ist und mit dazu steht man muss da natürlich schon ein wenig rein interpretieren können um den igel zu erkennen aber mir gefällt er im großen und ganzen gut danach haben wir das buch gebaut und das buch auch ein ganz ganz einfacher bau aber für mich mit einem großen problem behaftet und zwar sind hier die zwei sticker die im gesamten set vorhanden sind verklebt und das sind diese weißen sticker in der preiskategorie hätte ich da kein großes problem damit gehabt aber die sticker treffen ja nicht mal annähernd die weiß farbe der buchseiten und dementsprechend sieht das für mich einfach billig aus auch weil ja dann hier die sticker nur drauf sind und in der mitte dann die komplett anders farbigen steine das ergibt leider kein stimmiges bild und das finde ich sehr sehr schade weil wenn das bedruckt gewesen wäre wäre das super gewesen um eben dieses bild der erfahrenen weißen eule zu prägen die dort irgendwo geschichten weiter gibt und das buch studiert also wenn hier lego nicht gespart hätte hätte das auf jeden fall sein potenzial gehabt so finde ich es leider nicht wirklich gelungen und wenn wir uns die eule anschauen dann haben wir auch wieder zwei stellen wo meiner meinung nach lego das hätte besser machen können und auch sollen vielleicht sogar müssen denn hier wurde auch wieder gespart einmal wurden die kugelgelenke hier natürlich in grau geliefert das passt nicht gut das hätte man auf jeden fall in weiß oder lila beilegen sollen und auch diese negativ noppen bei den flügeln gefallen mir nicht das hätte mir deutlich besser gefallen wenn dort noch einmal mit baurichtungsumkehr und fliesen für ein schönes bild gesorgt worden wäre dasselbe gilt dann auch für die verbindungen vom körper zu den füßchen und ja natürlich die blauen pins sollten auch nicht unerwähnt bleiben auch wenn man sie in diesem fall glücklich ja nicht sieht das sind die sachen die man hätte leicht lösen können meiner meinung nach aber es wurde leider weggespart und damit wie beim buch leider eine chance vertan davon abgesehen gefällt mir aber diese eule sehr gut wir haben die beweglichen beine und füße dann können wir bei den flügeln die einzelnen federn noch einstellen wie wir wollen wir können natürlich auch die flügel anwinkeln wie wir wollen im rechten flügel haben wir noch diese kleine schicke lupe und der kopf ist selbstverständlich drehbar gelagert und sieht für so ein kleines set auch wirklich gut aus also das gefällt mir wenn man auf diese märchenhafte optik steht auch mit diesen comic augen nenne ich es mal mit diesen großen augen das sind wieder drucke und dann sieht es auch vernünftig aus die steinequalität war von dem baugefühl gewohnt gut da gibt es bei lego keine probleme besonders nicht bei solchen kleinen sets und vom aussehen gibt es ja auch keine größeren probleme wir haben im weiß die ein oder andere farbabweichung je nach teile typ das ist ja sowieso ein wenig das kryptonit von vielen herstellern aber es ist hier in einem rahmen wo das ganze vertretbar ist wenn es ein set mit mehr steinen wäre wird es negativer auffallen hier geht das noch völlig in ordnung die anleitung war super einfach und fehlerfrei da gab es auch überhaupt keine probleme und man baut an diesem set ungefähr 15 minuten wenn es hoch kommt vielleicht 20 minuten auch wenn es leider ein paar sachen gibt die ich hier kritisieren muss finde ich ist das aber ein süßer freund um ihn zu hornlieb zu stellen die drei mit dem kleinen igel eingerechnet werden sich wunderbar vertragen und so kann die weise eule dem einhorn vielleicht auch noch ein paar weisheiten mit auf den weg geben es ist jetzt kein überragendes set aber es ist für mich so ein set wenn man lust auf die setart an sich hat und die idee auch lustig findet dass da vielleicht die eule irgendwo den igel unterrichtet und auf diese fabeln steht ein set was man für zehn euro auf jeden fall mitnehmen kann und am ende seine freude damit hatte und dementsprechend bekommt das set von mir auch eine kaufempfehlung entweder in so einem konvolut wie ich es jetzt gekauft habe oder generell gebraucht oder momentan wie gesagt noch neu für zehn euro alles was darüber geht würde ich nicht bezahlen sage ich noch mal vorsorglich weil dieses set ja auch eol ist und man weiß nie was da mit den preisen nach einer gewissen zeit passiert wenn ihr natürlich dieses set selber besitzt dann schreibt mir gerne eure meinung dazu in die kommentare und wenn euch das video gefallen hat lasst gerne daumen nach oben und ein abo da um in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein ihr wisst auf diesem kanal hier ist alles mit vögeln als thema sehr sehr gern gesehen dem ist nicht mehr zu helfen ganz sicher braucht sich auch die familie nicht mehr darum kümmern das ist manche müssen zurückgelassen werden das ist hier der fall